Sorgen Sie für ein warmes Zuhause mit Stil. Wir von Werner Wellige Schornsteintechnik beraten Sie gern bei der Auswahl der richtigen Heizung für Ihre Immobilie. In unserer Filiale in Unna planen wir gern den Einbau Ihres neuen Kamins. Dabei installieren wir auch moderne Schornsteintechnik, um die Abgase der Verbrennung fachgerecht abzuführen. Zudem kommen unsere Mitarbeiter gerne zu Ihnen für Schornsteinsanierungen. Egal ob gemauerter Ziegelschornstein oder Edelstahlschornsteine, wir wissen was zu tun ist. Jetzt Termin vereinbaren und beraten lassen.